Marius, Marius, hier im Ströckland. Hier ist mein Sorgenstall, aber von der haben wir keine Sorgen. Gott sage ich, heute Sorgen für uns, denn dann werden wir uns sogar beim Verloten. Von der ist... ...Johann wurde auch ein Fenster. Und jetzt wird ein bisschen gut kalt, hier im Ströckland. Weil wir hier vorhin waren wir vier. Ja, das kalt es vier. Von der haben wir hier ein Café Combate. Hijo, Mamacita, deshalb habe ich mir eine Prima-Mille gebraucht von Mexiko. Café Combate. Arriba. Aber von der darfst du wieder mal bei der Kiten wird eine Geschichte verteilen. Bloß von eben, ja, und wo hat ja einer bloß Fahrt. Aber immer haben, von der hat eine Geschichte für jeden. Dort handelt sich von einem großen Menschen. Der wird irgendwo auch gesiedelt, dicht wie eine kleine Stadt. Und, äh, am Vorm, in der Bütere Stadt. In der Ackern und so wieder. Und, äh, die, äh, die Leute sagen anders, die trauen sich anders an. Die fühlen noch, äh, an den Vordicht, vielleicht ein Piez vor dich. Und, äh, die trauen sich anders an. Die Sachen anders, die Redenflächen werden anders. Die Hunde werden anders, als gewöhnliche Menschen. Aber in diesen Menschen, die in der Klinik-Stadt. Die gelächten dich nicht sehr. Die, die kickten Rufen dadurch. Weil die Sachen bloß anders aus ehren. Und, äh, immer haben, äh, diese Leute werden erwähnt. Diese Gruppe Menschen. Und, äh, immer haben, äh, diese gute Bank. Die, die wollen die nicht nur Geld lehnen. Die einen Mann, die wollen sich nur Geld lehnen. Da würde ich sagen, sind die Menschen, dass die, äh, die wollen die nicht keine Geld lehnen. Das wird bloß nicht offen. Okay, ich habe bedankt. Und, äh, diese Gruppe Menschen, die hat so. Einen sind auch, davor sind die Tote. Und, äh, der andere sind auch. Dann, äh, da sind sie bei, äh, bei der Familie. Einmal bei dieser Familie. Einmal bei dieser Familie. Und, äh, bei der Familie. So ist, dort haben die Amts, äh, bei einem. Und, äh, und dann, äh, was ich heute eine Tote gehauen. Dann, äh, brachten sie alle Eten mit. Und, dann haben sie noch ein Gruppe gefast. Da sind alle Schein-Eten. Das kommen zu der Kindertaub. Und, äh, da sind sie glatt zu ihr. Und, äh, das ein Mal, da war, dass immer ein. Wenn er, sei wir in die Tote gefahren. Dann, wir beendt Gäste gestohlen worden. Hei hatte nur 10 Gäste an dem Hafen. Dann wird er, äh, immer hat er wir Gäste gestohlen. Hei hatte ich gedacht. Nächste Sinne, ach wurde er zu Hause geblieben von der Tote. In der Frühen-Känger konnte er in die Tote fahren. Und da wurde heimel abhast und sagen, wer da wird Gäste stehlen. Und wo soll der Gäste stehlen? Der geht in den Ohren, oder wo soll? Immer haben. Es ist ein Haubluft-Hus. Tog in den Frühen vor der Koeck. Und da geht er bei euch lang. Und kommt da ein ältert vor. Ich habe am Hafen gefordert. Und da beckte er auf die Fuß bei der Tante. Und wir haben die Koe hängen in den Trunk oben. Und hatten ein paar Krocken. Und er nahmte an. Und er fangte der eine Gäste krocken abzufallen. Und er ist da so trocken wie mich. Ich war da mit Stählen. Und über den schlechtest Form er sich da haben. Und ich hatte ihn da. Und er sagte, er will die dann auf das Fuß ausklappen. Und er sagte, wow, 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 du kannst noch Gäste. Und ich sagte, du fährst mit Gäste nach Hause. So wer würde diese Krocken abfällen? Und so. Und das stehlen die hier. Er hat ihn nicht schön. Er fand sich sehr schuldig. Er hat ihn nicht gegrepen. Wie er hat ihn. Und er hat ihn in die Form, was er nimmt. Und fällt die zweite Krocken auch noch ab. Und dann, was er doch nicht hat. Er will, dass er auf der Blau sein, oder er verloren kann. Und dann sagte er, wow, 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 die Krocken auch noch abfällen. So, heufällt die Krocken auch noch abfällen. Und dann, er sagte er nicht vor. Und dann sagte er, wow, das koste nicht ein Haus vor. Nu bleibst du hier zu mir. Meine frühen gingen vor den Bultusen von der Kort. Und dann bist du bei uns eingelogen zu mir. Und wenn du wirst, was die frühen gingen auch noch holen, dann kommen die alle zu mir. Oh, und dann sagte er, das kann er nicht. Und dann sagte er, wenn er da nicht ist, dann wird die Plitzen von. Und dann bist du im Dröbel. Und dann kannst du vielleicht noch ein Gefängnis nehmen. Na, das will ich auch nicht. Und dann, schließlich, dann blüfft er dort zu mir. Und seine frühen gingen, die wollen nicht holen. Und die wissen, dass sie nicht möglich ist, dass die Gäste und da ist. Einer weiß ich nicht. Dann blüfft er dort zu mir. Und die sind aber so schärftig zu ihm. Und die beten für ihn. Und alles. Das sind alle so froh, dass die Menschen so schärftig zu ihm sind. Was immer haben, die blüfft er dort, wenn du gesteckt hast, dann sagt er vorher mal, ich will die alles zu Geld halten, was du hier gestohlen hast. Und, äh, du sollst mir versprechen, nächste Nacht, wenn wir hier drauf kommen, bei uns, dass du, die in der Früh, waren in Tänja, die sind bei uns eingeladen, weil wir hier bei uns zwei kamen. Und dann, weil wir haben, wir haben das aufgehoben. Und hier haben wir noch eine große Montage, blieb ich hier noch 50 Meter, und dann sagt er dort, er bloß nicht. Er fällt sich so schuldig, nur sagt er vorher mal. Und wenn du da nicht da bist, dann wird die Polizei von, dass du hier gestohlen hast. Dann möchtest du mir versprechen. Okay, dann schließlich steht er dort. Und dann nächste Nacht, dann kommt das Morgen, das Stehler, wo der Stehler hier warst, wie er, da kommt er mit frühen Tänja top an, und er hat heute am Ernten war so willkommen, es war noch so scharf, die Ernte. Und in der Kängur fuhrt es, die wurde abgenommen, und er spiel mit der Kängur da, und oh, aber die Gerne schreit. Und, äh, na, diese fangt er auch anscheinend, diese Lied. Nein, das wird er nicht in der Hüste vorher, diese Lied, dem Morgen wird ich bestehler, dann kann er sich nicht beobachten. Dann wird er dort eine, ganze Stadt verteilen, was die Menschen für ihn gedauern haben. Erstlich hat er dem bestehlte, und er sei also so galt zu haben, haben ihn dort noch alle galt gehauen. Und, äh, dort dreht sich an die ganze Stadt dran, das moderne Stadt, ob er, die sei immer, Pueblo Chico, Chisme Grande. Kleine Stadt, und gerade die Plüder. Und das mal wieder die Plüder wird verhendet. Nun werden Menschen, äh, diese gerade Menschen, wo sie immer hatten, so raufgekickt, dort werden leuftholge Menschen, die ehren galt, und die Gleifen und Jesus. Wo sie wurden sich entern so raufgekickt, in der, in der, so die ganze Stadt. Wiederhörens, wenn die Menschen, in der Stadt nenntäumen, die werden besellschaftlich dabei, und, äh, wenn die Stoischen nenntäumen, wo immer, oh, bei der heute in der Welt kommen, wir werden besellschaftlich, und sogar die Bahn gefahren. und, äh, früher haben andere Gleifen, immer viele Leute, die können dann kommen, und dann haben sie vielleicht noch besondere Interesse für ihnen, die können sie kommen, die Gleifen. Und, dort kann durch ein Mensch, der lässt sich trocken von Gott, bloß, live wiesen. Und so hat die ganze Stadt, merken, äh, am drehen, durch Gott, dass die, anders aus sein leiden. Und wie auch, äh, so viel hatten, wenn wir ein Mensch, wo sein, auf der Gase, oder im Stur, wo das anders ausgetrocknet, und das Sitt anders, oder das Rätseln anders, dann, dann, da war ein bloß wie ein Stich geworden. Und, äh, Jesus hat bestellt, wir sollen auf dieser Welt alle Menschen gelt sein, alle Menschen sollen wir leben. Und, äh, wenn wir dort nicht tun, Jesus hat ganz essentiell, so viel gewalt, als der erst gefahren zum Krieg gestorben darf, und uns sind betont. Und, äh, du hast nur ein Gott, und, äh, ein Jesus, und ein Himmel, und eine Halle. Und Jesus, der, äh, der will uns, äh, antworten, und der will uns, äh, Gottes Kinder merken. Und, äh, der entscheidet man, wie wir merken. Du kannst kein Krieger, kein Gesatz, kannst uns im Himmel bringen. Ja. Das sage ich doch in der Bibel, du hast ein breiter Weg, der in der Halle geht, und viele sind da oben, und du hast ein Weg, der eng ist, mit einer engen Put, mit einer engen Idee, der, der wird im Himmel gehen, du hast ein wenig, wo die Böse sind. Und ich kann, für das letzte Sinne, nach Rede Predja veransparen, wo Gott uns hänger an uns, Gott, der sieht noch uns, Gott, der Land noch uns, der will so hier in uns annehmen, er kann uns doch nicht bemerken, er geffert uns den Friwell. In diesem Weg geht noch, er war, der rede ich mir ein Morgen, der, der hat noch so am Dichstern gelebt, und dann, haben sie sich bekehrt, und, auf course, haben sie dann ütgeschlagen, in die Tweaklinie Stadt, sie haben uns voll getragen, und weitergekommen, ich fand die Menschen, die sich dann ütgeschlagen, wenn die Menschen gesagt, ich will die Meldung sprechen, der ist, der Staat geht nicht rot. Meine Eltern haben sie umgedacht und geschlossen. Diese Städte kommen zu mir, willkommen, ich nehme dich an. Es ist so wichtig, dass wir alle Menschen gut sind. Wir wollen Menschen leben. Diese Menschen hier auch, die beweisen, dass sie leben. Wir haben eine Familie, du hast eine Einheit mit Menschen, die können uns nicht leben. Wir wollen nicht vergeben, ich habe das nicht einmal leben. Dann darf ich das nicht. Das ist so einfach. Nein, ich habe nicht den Himmel. Und ich habe so einen Menschen, wurde in der Wachestaat geschlossen. Ich habe das Werk. Dort sehen wir, dass viele Menschen in der Halle. Dort ist Gott, der die Menschen in der Stadt. Dort ist, dass wir die Menschen haben. Dort haben wir Gott zurückgestattet. So viele Menschen, die beschreiben Gott, wie sie erleben. Dort kann ich Tief her. Und heute ist es so wichtig, dass wir uns anders erstellen. Dass wir Jesus annehmen. Das ist der einzige Wach, der ist Jesus. Jesus ist der der. Dort, was wir direkt in meinem Himmel haben. Und dort kann man das wirklich wahr sein. Und in Mexiko wie so ein grosser Exzident. Eine Minute, dass er alles schafft. Und jetzt scheint und BANG! Es ist so ein Exzident. Dort, dort, dort. Dort ist es so wichtig, über so wichtig zu sein. Wie wir alle Tage fehlen. Und das gute Ding ist, Jesus ist die Schmitte. Und das nicht immer war für die Zeit. Du hast das, 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 das getan. Wenn ihr die Engel vergeben habt, dann vergraut oder klein. Dann habt ihr das vergeben. Dann habt ihr das mitgeschmitten. So. Wir haben nicht wieder in diesem Leben. Wir haben nicht wieder in diesem Leben. Ich habe auch gleich so gauw, dass wir alle Tage, und Gott seine Gnode, immer waren, um mir zu vergeben. Als das leid ist, wie wir uns anders aufhangen sollen. Wir haben Jesus zufrieden. Er ist wirklich ernst. Das ist ab zu ernst, dass wir ihn annehmen wollen. Und wir haben uns nicht schämen mit Jesus. Wir haben Menschen, die wissen, dass wir bei Jesus leben, dass wir bei Jesus leben. Ich lerne nicht immer. Ich strachle und schaue für alle Tage. Dort wird es auch ein Problem. Er sollt ihr euch übergeben, wie das alles ein Sieg flogen? Aber wir haben nicht. Das ist das. Jetzt ist das. Das Leben ist so hart. Ich lasse, dass wir das leben erst in unsere Reitmärkte fürs Eigenkap'r. Wir leben, dass wir das mit handeln bloß leben und scheingen gehen würden. Wie DOD, denn es gibt uns aber bloß scheingen und denn die werden wir uns auf den Himmel Ich hoffe, die können alle sagen Bevor scheinen wir dort, wo wir uns durchbauen können mit all den Menschen. Hier wird es nicht möglich sein, wo wir alle Seinen lernen können, wo wir Deutsch haben. Dann können wir mit dem Dünn abmerken. Wir können kein Präger, kein Gesatz, können uns nicht verdäumen. Diese Städte und sage ich, nehmt das an. Gott hat sein Sehen geschickt, um uns zu raten. Wenn die das wählen, können wir von Wilhelm haben. Hier von Strügel und Männerkörper muss Gott den Seier sehen. Sehen wir uns das nächste Mal. Dankeschön. So, hätten wir einfach noch ein Schluck Kaffee haben. Immer haben wir mit den Scheinen Kaffee, der Terriere, der Mathe, wo alle sind. In der ganzen Welt, das ist doch nicht wahrscheinlich, dass wir uns über das Internet sehen können. So, ich möchte Gott den Segen. Dankeschön. Mm. Dreher. Nee. Ja. Ja. Mann Untertitelung des ZDF, 2020